Hallo, ähm, Travis? Hm? Oh, es ist dich. Ich war ein bisschen verloren in der Gedanken. Was ist da? Warte, ist das? Es ist dein Sohn. Wir haben ihn gefunden. Aber, wie? Wo? Sie brauchen immer den Mittelsmann, also den Jus, nicht Hugh Grant, sondern den anderen, Hugh Kravitz, dann den Jason Grant. Und das ist immer ein Problem. Und wenn sie jetzt ein Kind hätten und das von vornherein aufziehen würden, hätten sie jemanden, den sie direkt als Agenten nutzen könnten. Das würde denen viele Vorteile bringen. Aber das würde er nicht zulassen. Bis zu deinem letzten Atem wird er das verteidigen und bis sein Feuer ausgeht. Und hier sind sie bei Travis und sagen, hey Travis. Und er so, ja, hier sind sie. Ach, ihr seid schon wieder. Also, hier bist du schon wieder. Ich war gerade ein Gedanken, aber, hey, Moment, ist das Leisha? Ähm, sei einfach glücklich, dass er gefunden wurde. Hör, ich werde nur einmal sagen, dein Sohn ist sicher. Dein Sohn ist sicher. Dein Sohn ist lebendig. Dein Sohn ist unverfassbar. Kalt deine Heilungen. Kalt sie jeden Tag. Ich werde. Ich werde. Believe mich, ich werde. Also, kann ich ihn zurückkommen? Oh, genau. Natürlich. Hier. Es ist du. Es ist du. Es ist du. Es ist du. Du hast ein bisschen gewachsen. Aber diese Augen, ich würde sie irgendwo erkennen. Ich werde dich nach Hause bringen. Jetzt. Du brauchst deine Mutter. Hell, ich brauchst deine Mutter. Danke. Ich weiß, warum du das gemacht hast, oder wie, aber danke. Anytime. In a heartbeat. Kidnapper! Thief! What the? Hello. You took something that does not belong to you. Mr. Fellows? That's Mr. Goodfellow to you. This is my child. I have a sense of mind to teach you a lesson. What the hell are you talking about? That's my son! No, no, no. I'm sorry. A deal was made. Melchorissa, you were there. You can tell them. Okay. Also, es fing damit an, dass Eli meinte, ich sag's, Travis, ich sag's Ihnen nur einmal. Ihrem Sohn geht's gut. Ihr Sohn ist am Leben. Ihrem Sohn wurden keine Schäden zugefügt. Und genießen Sie das jeden Tag und danken Sie dafür. Travis, ja, ja, das werde ich tun. Kann ich ihn jetzt haben? Eli gibt ihn. Und, ähm, ja, während das ist, kommt halt dann so Dieb. Und, ja, das Kind verschwindet. Achso, nee, stimmt. Und Travis hat noch gesagt, ja, jetzt lass uns nach Hause gehen. Du brauchst deine Mutter. Und, ach, ich brauche deine Mutter. Er braucht seine Frau wieder. Und da kommt halt hier der Goodfellows und sagt Dieb so weiter und nimmt sich das Kind. Sie haben etwas gestohlen, was mir gehört. Und Travis so, ja, aber das ist mein Kind. Und er so, nein, nein. Sie sehen das falsch. Es wurde ein Deal gemacht und ich muss ihm vielleicht meine Lektion erteilen. Malki Ruscha hat es, hat dieses Deal doch ausgemacht. Ich bin nicht mehr Malki Ruscha. Ich bin nicht mehr Malki Ruscha hat es, hat das Geld gemacht. Ich bin nicht mehr Malki Ruscha hat es, hat das Geld gemacht. Oh, das ist rich. Haha! Eh. Ah. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Gib uns die Babe, oder ich werde dich durchlaufen. Es ist obvious, dass niemand von euch aufgeben wird. Es gibt nur eine Sache, die wir jetzt tun haben. Ich bin sorry, aber es ist der einzige Weg. Ich werde mit einem anderen Kind beginnen. Obwohl, dass ein anderes Gespräch gemacht wird. Okay. Also. Also, Späte, hat sich sehr gefreut. So, was? Mekeresha wurde exorziert? Das ist ja witzig. Na gut, es tut nichts zur Sache. Es ist meins. Und mit der so, ja. Also, jetzt betrugen so, komm näher. Wirst du merken. Also, ich habe keine Ahnung, was du mir gerade gesagt hast. Und sie so, ja. Gib es her. Also, ich merke schon, ich kann euch nicht überzeugen. Ja gut, da gibt es nur eine Möglichkeit. Nee, das geht jetzt eben über Straßen und Arschloch. Ich muss es halt loswerden und mit einem neuen anfangen. Außer neuer Deal gemacht. Über was für eine Art von Deal reden wir hier. Simpel. Das Kind lebt. Er kommt zurück mit mir zurück. Ich raisee ihn als mein eigenes. In Rückzug. Niemand von euch überrascht ihn. Du erzählst niemandem, was passiert. Du verlassen ihn, für so lange, wie du leben. Also. Wir haben einen Deal. Das ist verrückt. Du bist verrückt. Ja oder nein. Bitte, hurry. Mein Arm ist nicht so stark, wie es war. Das ist so ein Arsch. Also, er macht gerade so. Also, der Deal wäre. Das Kind, dem Kind wird nichts getan und es kommt mit mir. Und im Gegenzug werden wir nie darüber reden, dass das passiert ist. Haben wir einen Deal? Also, das ist verrückt. Sie sind verrückt. Also. Na, entscheiden Sie sich. Mein Arm ist so schwach. Er ist das nicht gewohnt. Du hast 5 Sekunden, um einen zu denken. Ich suggest, dass du es beruhigst. Kein... Das ist nicht real. Sie... Sie bluffen. Nein! Hör nicht zu ihm! Er kriegt keinen Wahl. Der Fiend nicht bluffen. Er wird das Kind verlassen. Wo kann ich das passieren? Okay. Also, der... Äh, die Feen werden hier... Ähm... Auch Spaß machen. Meines Ernstes. Du hast 5 Sekunden, du hast... Okay, können wir noch machen. Okay. Fast gut. Es ist fertig, dann! Das ist nicht passiert, das ist nicht passiert! Es ist nicht... Ich will mich nicht... Ich will ihn sehr gut beachten. Er wird jetzt nichts... Es ist nicht okay? Mein Junge... Was hast du da gesagt? Was ist denn das? Was? Aaaaaaah! Geh es aus mir! Geh es aus mir! Was? Ich... Was? Kein Weg! Kein Weg! Weil das Kind hat genau so diese Ambitionen wie damals Eli. Es ist ein Feuermarker. Und es hat halt den angebrannt. Und Travers auch so, das passiert nicht, das passiert nicht. So, es sieht aus wie das Wehtunen. So, es sieht aus wie das Wehtunen. Was? Was ist passiert? Elijah ist ein Feiermage. Hey, ich... Oh Gott! Geh es nicht, Kind. Er wird gut. Geh es einfach, was du machst. Geh ihn! Mach uns stolz! Geh es aus mir! Geh es aus mir! Wie... Geh zu dir sind eigentlich die Fälen? Ja... Mann oh Mann, du hast jetzt falsche Kind ausgesucht. Wir machen das erst mal nicht schön. Wir machen das erst mal schön. Geh es aus mir! Geh es aus mir! Geh es aus mir! Nicht so schnell. Geh es zurück nach deinem Welt und nicht zurück. Du wirst nicht mit den Mordern oder Mordern oder Mordern. Geh es wieder. Geh es gut! Geh es gut! Geh es gut! Und... Du wirst uns ein Feuern. Nein! Ich kann nicht! Ja, du kannst. Und du kannst. Du willst, was zwei Fälen mages können? Gut! Ich bin klar. Ich bin klar. Ich bin klar mit allem. Gut. Du bist ein kleiner Prodigy, nicht wahr? Ich habe nicht in meine Macht bis 50 Jahre alt. Ich bin klar, wenn du Fälen magesst. Die Hundeer von Alden werden sehr interessiert in lernen über diese Kindheit. Ich bin klar. Was? Was werden die Hundeer damit tun? Ich frage mich. Oh, es wird ein Freude herausfinden. In der unteren Konstitution. Du wirst nie wieder zu den Sterblichen kommen und du wirst auch nie wieder nach Kindern suchen. Und des Weiteren schuldest du uns noch eine Sache. Er so, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Dann können wir nichts machen. Okay. Und sagt das, nachdem Eli nochmal als Feuermarker so ein bisschen Puck gemacht hat. Und als das Kind hatte, hat er große Töne gespuckt hier, die gute Fee. Und meint, tja, ach, die Hundeer von Alden. Wir haben bestimmt ganz erfreut zu hören, dass es hier ein Feuermarker gibt. Und Eli ist so, was hast du gerade gesagt? Er so, naja. Bestimmt nett herauszufinden, was da passiert. Nein, wir machen nicht Blast, Tim. Wir sagen, wir gehen einfach. Vielleicht haben wir die Hilfe noch einmal. Bist du ihn? Sure. Für jetzt. Du wirst wissen, dass ich selbst aus dem Alden ist, oder? Und so ist Elijah hier. Erinnerst du, was Alden machte zu Menschen und Feuermarker? Erinnerst du das. Die nächste Zeit, wenn du uns überraschst. Erinnerst du uns. Erinnerst du uns. Und erinnerst du unseren Favoren. Und ich werde dich anschauen. Von einem entfernen. Wenn du mich brauchen, werde ich da sein. Okay. Und du schaust über deine Mutter und Vater, auch. Nicht auf ihre Geburt. Entschuldigung? Schwierig. Wir holen uns beide nach Hause. Es ist noch ein bisschen knackig. Mein Kind hat in Flames geflogen? Was denkst du? Das ist verrückt, nicht wahr? Es ist sicher so. Es ist sicher so. Dann... Nein. Nein, ich glaube nicht. Trav? Trav, ist das du? Wynn? Ja. Es ist mir. Es sind wir beide. Aber wie? Es ist nicht wichtig. Elijah will nach Hause. Und so auch ich. Ist das okay? Kann ich auch nach Hause kommen? Ja. Ich bin ein Idiot. Geh hier. Ich glaube... Ich hoffe... Sie werden gut sein. Nur das mal. Ich denke, es wird alles gut sein. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz wieder zusammentragen. Also... Ähm... Da war übrigens noch einmal gewesen, den ich schon vergessen habe zu übersetzen. wo Elijah den hochgekommen hatte. Und meinte so... Ja... Ach, du bist aber auch schon... Ähm... Früh... Frühchen irgendwie. Also so... Der das ganz schön schnell will, oder? Ähm... Weil ich habe erst mit 50 meine Feuerkräfte gehabt. Und als sie dann meinten zu der Fee... Ja... Wir gehen jetzt. Ja... Du weißt schon... Meinte Elijah zu ihm. Du weißt schon, dass ich ein direkter Nachfahrer bin von Elden. Und du weißt auch, was wir Menschen und Feen angetan haben. Was Elden Menschen und Feen angetan hat. Denk lieber zweimal nach, bevor wir unseren Weg einfach so kreuzt. Und denk dran, dass du uns unserem Gefallen schuldest. Damit gehen sie. Und ähm... Also ja, wir müssen dich zurückschaffen. Und das Wichtigste vor allem... Setz bitte nicht das Elternhaus in Flammen. Und die Wohnung. Das finde ich jetzt schwierig. Weil wenn er mit 50 schon wahrscheinlich Probleme damit hatte. Wie ist das mit dem kleinen Kind? Im Sinne von... Es kann man sich steuern. Und wenn dann die Pubertät ist und alles mögliche andere. Und es Sachen nicht kriegt, was es eigentlich will. Bin ich sicher, ob es jetzt so clever war, das Kind dann einfach zu Hause zu lassen. Aber... Wer weiß, was das alles triggert. Diese Feuersachen. Auf jeden Fall, Travis war total so... Ja, aber... Ist ja nicht passiert. Mir ist das nicht klar. Hat er wirklich den Mann in Brand gesetzt? Und Ila so... Na, was denkst du denn? Er so... Na ja, eigentlich... Ist das verrückt, oder? Das glaube ich nicht. Ja... Kräftigen wir ihn dazu. Und da kommt halt auch schon seine Winnie. Und er so... Bist du das? Und ist das? Ja, und dann reden sie sich kurz aus. Und er so... Darf ich nach Hause kommen? Na klar darfst du nach Hause kommen. Und ja... So endet das. So, was ist denn hier? Man muss ja diesmal selber sagen. Okay, er landet vor. Achso, und Ila hat dann gesagt... Ja, ich glaube diesmal ist das eine Geschichte, die gut ausgegangen ist. Naja, das Problem ist halt einfach nur das Kind... Er hat keine Kontrolle darüber und das bräuchte eigentlich schon ein Lehrer. Er kann mich kaum bewegen. Wie müde bin ich denn eigentlich? Jeder wartet auf dich. Komm, let's go. Ja... Hhhhhhhhhh... Wer hat jetzt gerade gegähnt? Hä? Ah... Mehr Schuss. Sehr schlecht, dass ich noch nicht mehr davon machen kann. Ähhh... Schuss, dass ich noch nichts tun kann... Regen? Das ist halt... ... das ist halt... ... den ich tun kann. Ähhh... Das bin ich ich. Nein, nicht nicht gut. Ich bin wieder präsentiert. Ich habe mich überrascht. Sorry about that. Es ist egal. Ich habe die extra Zeit für die Training. Ich wollte es sagen. Es ist gut, dich wieder zu sehen. Es fühlt sich auch gut. Die Routine hilft. Es kann durchaus sein, dass er die ganze Zeit noch innerhalb des Körpers war und einfach nur genossen hat, was da passiert ist. Er hat jetzt einfach nur Shitchat betrieben mit Dana wegen dem Training. Ja, gut, dass du wieder trainierst und sowas. Und was wir sagen, sagt es natürlich nicht aus, weil wir sie reden von außen. Spricht nicht mit der Landetour. Du redest mit Melkirasha. Es ist Eli drüben. Ich dachte, ich würde ihn auf ihn checken. Er ist kaum noch woanders. Okay, ich lasse dich zu deinem Training. Danke. Hey, Eli. Oh, hey, nur einen Moment. Was ist denn? Verbrennen, Eli. Es ist mir egal. Lass es nicht geschehen. Ich wollte nur noch mal schauen, bevor wir wieder rauskommen. Ist alles okay? Ja, sicher. Ich habe immer noch alles aus der letzten Nacht geprocessiert. Ich habe mich zu Ende mit, dass ich nie meine Familie wiedersehen habe. Aber ich weiß, dass Elijah ein Feuer-Mage ist. Das macht Dinge kompliziert. Okay, er hat damit zu tun, noch mit der Sachen von gestern Nacht. Familie wieder zu sehen und zu merken, dass Elijah ein Feuer-Mage ist. Ich bin nicht in der Verfassung für deine Moralsschutzschwagel zur Zeit. Kompliziert. Elijah ist deine Familie. Ich kann nicht mehr so etwas mehr einfacher als das. Ja, ich glaube, das ist alles falsch. Ist etwas falsch? Nichts. Entschuldigung, nur ein Herzschwagel. Es ist nichts. Wie geht es dir nach oben? Ja, sicher. Bis zum nächsten Mal. Hör, du. Ich habe zu schmerz und knallt, um zu diesem Körper zurück zu kommen. Und ich werde es nicht wieder zurückgeben. Also, du bleibst ruhig und ruhig. Bis ich herausführe, wie ich dich für's gut schließen kann. Ich musste viel dafür geben, jetzt wieder die Kontrolle über den Körper zurückzuerlangen. Und du wirst sie mir nicht nehmen. Deswegen hältst du gefällst die Klappe, bis ich rauskriege, wie ich dich eliminieren kann. Meine Freunde werden mich befreien. Ja, doch, mich befreien. Sie werden schon herausfinden, wie es geht. Vielleicht, eventuell. Aber es wird zu lange, bis dann. Also, einfach relax, würde ich? Ich kann mich nicht mit dir fokussieren, mit dir in meinem Kopf zu spüren. Mich erledigen, aber dann wird es schon zu spät sein. Also, entspanne ich ruhig. Und rede nicht so viel Scheiße. Halala, warte, die Böse. Es ist egal. Du wirst in Zeit zu schlauern, wie du vorhin hast. Ich muss dich nur ignorieren, bis dann. Hey, bist du okay? Du wirst ein bisschen intensiv da. Ich bin. Sorry, ich war einfach das Poster da. Das ist warum sie die Shakespeare-Geräusche auf dem Subway machen. Ja, Maury und ich haben das gemacht, in der Zeit. Gute Zeiten. Du hast niemals gebetetet Julius Caesar, bis du es in Times Square Station hast du gemacht hast. Okay. Sorry, ich sollte nicht so viel denken über das Leben. Es passiert uns nicht so viel. Es passiert uns allen. Wir befinden uns alle eine unverschließende Zukunft. Rücktrittung zu dem Vergangenheit kann sehr komfortabel sein. Für einige von uns vielleicht, aber ich weiß, was wir tun. Wenn du jetzt nicht mitten in der Rushhour in einer dieser Oberlinie getan hast. Und er meinte, ja, die hat halt jederzeit Probleme. Wir nehmen auch wieder natürlich die beiden mit. Hilf mir bitte. Kann mich irgendjemand hören? Das kann nicht passieren. Hilf mir. Hilfe, Mandana. Ah, vergessen es. Kannst nicht sagen, dass er lügt? Ah, warte mal, wir können aber Keke besch... Logan? Logan. Helf den lebendig Lebenden einmal bitte. Logan. Hör auf, Keke zu starren und schau auf mich. Huh? Nein, ich habe nichts gesagt. Was falsch? Ah, Keke. Keke sagt, dass jemand deinen Namen kenne. Sie ist. Ah. Keke, kannst du mich hören. Ich schwöre zu Gott, ich sage nicht deinen Namen. Oh, ist das unser Stopp? Es ist, ich bin's Erlandetor. Ich bin wieder besessen. Hilf mir. Was ist falsch? Was? Er ist wieder besessen. Was? Sehr gut, wir haben den Burschen. Du weißt, ich dachte wirklich, ich könnte es funktionieren. Was ist das? Ich bin's Erlandetor. Ich bin's Erlandetor. Es ist ein Erlandetor. Oh, das ist ein Erlandetor. Guys, wake up. Untertitelung. BR 2018